ja das wäre so ein sprung wieder vorne er die Sonnen Lack den Mann um die Ecke springen bisher das geht noch ich gehe mal zeigen ja moment ich komme auch selbst doch schaffen dort und es musste nachher auf diese Nöppel hier von da auswärts nicht auf den Block da vorne also wenn du auf dem Block bis ich vor dem Sprung der Rat nicht schaffst muss ich nicht auf dem Block der direkt von Baden ist an die auf die Säule drauf das hat mich voll verwirrt er hat mich eben kurz voll verwirrt sie schafft ich war zu mir ich muss du musst einfach geradeaus springen dort ich bin gesprungen muss geradeaus springen dann nach rechts also auch glaube ich nicht die Sichtweise ändern ne ne ich erde nicht die Sichtweise so 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 das ist wieder so ein Scheißsprung aber ich bin kurz davor ich habe auch nur vier Ball ich bin kurz davor jetzt Prozent acht Minuten lang nur diese Scheiß zwei Obsidianplätze zu vermitteln es dauert natürlich nur jetzt vier Minuten ein Werk zu einem Obsidianblock zu zerstören weil ich irgendwie glaube ich habe nur drei ich habe gerade nur drei Balken Julian ich habe fünf ja sie kann deswegen kann es auch sein dass du ein bisschen auf Skyplex also nicht so krank sondern ein bisschen so und wenn ich mir kommt wir müssen noch vier Minuten ich habe den Sprung geschafft und jetzt werde ich abkratzen da habe ich zu früh gesprungen jetzt habe ich schon beim Abspringen gemerkt schaffe ich den einmal und dann spring ich viel zu früh ab Mist boah warum willst du jetzt schon wieder Scheißwetter ey Mann wie lange brauchen wir noch ähm jetzt noch drei Minuten das wird gleich noch letztes Spiel mein Kopf aufnehmen wir brauchen ja noch Folgen aber ich weiß nicht wann Christian wenn Christian Christian muss ja heute dafür auch mal kommt vielleicht kann ich morgen dann noch eine Stunde oder so ich habe wieder kein Skorboard ne ja ja nein boah ich wollte gerade abspringen und da ist der dann untergefallen ich glaube also linksrum ist viel einfacher lohr linksrum ist viel einfacher als rechtsrum ist viel einfacher als linksrum ich dachte immer linksrum kann ich viel besser aber rechtsrum ist viel einfacher als k 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 Was? Hast du ein Kanal-Design? Ja, klar. Da steht auch rechts und links, welche Projekte ich hab, werden die kommen? Ja. Ab der Upload-Plan. Morgen müssen wir, also, ich glaub, ich mach morgen ein paar... Ah ja, stimmt. Wie viele Seiten sollen das sein? Keine Ahnung, ich würd sagen, für jedes Thema eine. Also fünf. Okay. Obwohl, was... Zu Punkt zwei haben wir ja nur eine Sache. Wie groß wird an die Seite? Kann ich da ein paar Bilder draufpacken? Ja, stimmt. Ah, fuck, das war zu weit. Ah! Ah! Aber ich muss sagen, nach der Statue kommt noch eines der letzten, da haben wir Obsidian geschafft. Also ich meine, wir sind ja bald mit der Adventure durch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie schwer Diamant ist. Diamant ist nicht so schwer. Irgendwie sieht das überhaupt nicht so schwer aus. Aber... Hm. Das sieht wirklich nicht schwer aus. Aber eigentlich müsste ja Obsidian schwerer sein als Diamant. Eigentlich müsste es auch später kommen als Diamant. Nee, Diamant ist kostbarer. Vielleicht wird es nicht so extrem schwer zum Schluss sein. Nee, weil... Erde, dann kommt Stein. Und dann kommt... Eigentlich müsste ja erst Erde, dann Holz, dann Stein. Dann Sandstein. Von der Logik her. Dann Eisen. Denn mit Eisen kann man dann ja Gold abbauen. Dann müsste Gold kommen. Kann man mit Eisen danach Diamant abbauen. Und dann müsste Obsidian kommen. Und dann... Und genau, nach dem Obsidian müsste eigentlich Nether kommen. Weil erst mit Obsidian kann man ja Nether. Ne? Theoretisch. Ja, ich glaube, das ist von der Herzen des Materials. Ja, ja. Ne, aber Netherback ist ja ultra, ultra, äh... Leicht. Leicht, äh, weich, genau. Das ist ja schon leichter. Wenn es buntes Licht gäbe, also so grünes Licht und so. Also Lampen meint verschiedene Artige Lampen. Ja, so wie Glowstone halt nur als, ähm... Irgendwie so Helogen oder sowas. Obwohl, das ist ja meistens nur einfarbig, aber... Also so verschiedene Artige Lampen. Also sozusagen, das ist... Westerland... Westerland mit verschiedenen Farben. Ja, mit Farbe. Farblöcken. Ich hab' nochmal längs herum versucht, aber ich glaub' rechts, wenn es wirklich einfacher. Ah, zu früh. Boah, ich mag den zweiten Sprung nicht. Ja. Oh, fuck. Irgendwie mag ich mein neues Intro. Zumindest ist das cooler als das alte. Und hast du das nochmal ein bisschen in deinem Intro gearbeitet? Ja, hab' ich schon längst. Hab' das schon längst so gut wie es geht. Was hast du alles verändert? Nur die Schrift, oder...? Ja, die Schriften... Ja, das heißt nur die Schrift, da gibt's ja nicht viel zu verändern. Stimmt. Hm. Wenn mich jemand mal fragen sollte, ähm, warum ich Krog LP heißt und keine Let's Plays mache, dann weißt du, wo ich zu dem LP sage, ne? Also, oh, haha, ja, das weiß ich. Frank, was könnte der LP noch alles heißen? Also, Gordon heißt es nicht. Haha. Erfolgreich Gordon erwählt. Nee, Gordon erfolgreich. Mission erfüllt. Genau. Mission completed. Okay, grad geht gar nichts und ich sehe schon, auf meiner Stoppuhr. Ja, ich glaub' das nicht an Gordon. Ich gehe jetzt auch durch. Ja, das könnte an Gordon. Wir werden durch. Wir haben es geschafft. Ja, ich... Achso, von... Na, warte, warte. Okay, wie wird bis jetzt eigentlich kommen? Wie? Wie? Wie weit bist du... Ah, du hast das immer noch nicht geschafft. Hast das hier immer noch nicht geschafft? Den Sprung da... Den... Den Leiter Sprung? Aber du zeig dir mal, welcher Sprung was ist. Das ist ja nicht schwer. Ich bin mal ehrlich, ich finde den nicht schwer. Nein, doch nicht der Sprung. Hier der Sprung. Ja, den meine ich ja auch. LOL LOL Da bin ich überhaupt nicht gesprungen. Ich bin einfach nur rückwärts runter gerannt. Was ist denn... Also ich finde den... Nein, warte. Lass uns ja ganz kurz. Gerade ausgucken. Rennen. Nee, okay, warte, warte, warte. Das war grad ein bisschen. Das war grad so, ne? Hier. Wie ist das nochmal? Ach du, Game Mode. Ah ja, stimmt. Kann ich machen. Aber warte mal. Da, siehst du. Einfach gerade ausspringen. Und ein bisschen nach... No, fällt. Okay, das war jetzt Vorfall-Effekt. Das einzige Dumme ist, ich komm gar nicht mehr so weit, weil ich immer einen Sprung hab, der total geholt ist. Weil ich grad schlechte Verbindung kommt. Da kann ich aber nicht für. Okay. Okay. Also, ne, hier zu Ende, oder? Ja. Gut. Äh, bis zur nächsten Minecraft Adventure-Aufnahme mit dem Lennart. Beide mal... Pfeift man ganz zu Exzess. Nächste Aufnahme werden wir wahrscheinlich, äh, Obsidian fertig machen und vielleicht jemand anfangen. Und übernächste Aufnahme könnten wir vielleicht sogar fertig werden. Mal gucken. Alter, in dem Bett hatte ich geschlafen. Okay, tschüss. Fail! Ich hasse dich! Hahaha. Bo, alter! TP' nicht einfach. Ja ich muss erst den Wettnemen. Okay,OK. Der Chip E2 1000... Alter, ich hasse dich! Scheiße, wo bin ich? Ich hoffe nicht zu den Koordinaten. Fick dich! Alter, jetzt finden wir nie wieder zurück, du Mongo! Alter, bist du dumm? Warte, ich habe eine Idee. Wir machen uns null und dann werde ich zurückgepillt zum Bett. Ach ja. Boah, alter Leonard, ohne Witz war das grad. Alter, hab ich noch in die Höhe? Ich hab in die Höhe 9199 tepillt. Fail. Hui, let's fall oder was auch so rum. Ach, wir sind noch bei 8600. Geh mal da. Mirolf nach... 999... 9... 9... Ja, ich hab's geschafft, Julian. Wir brauchen noch ein paar Blöcke von mir. Jaaum. Fick dich. SlashgameMode. So, du hast jetzt die ganze Aufnahme in die Länge gezogen. es wird das Bild wird verziehen wird schlafen das vergesst dass er mich nicht der Aufnahme schneller als er sich die vor der Däger oben hin da oben Nier um der Film auf irgendwas einzutippen ich fliege gerade nur hoch m ich werde schon da als h fiktig Bollinger als ich möchte jetzt die Betten platziert und schlafen sagt schlafen wenn ihr auch wenn das Wert für der Assi ist das schreibt doch mal in die Kommentare Prozent schreibt die Leerzeit sterben bis zur Nächsten Aufnahme wünschen euch Lennart und Julian Tissi ey mach dir erstmal jetzt den Game Mode aus hey darfst hier noch nicht springen ja okay na tschüssi